hallo herzlich willkommen an bord euer GamerTV Marvin ich bin gerade in GTA 5 unterwegs an seinem Anfang viel Spaß beim zuschauen GTA 5 online los geht's ja dann fangen wir an ja dann fahren wir mal los auf los geht los 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 wir fahren los ja wir fahren hier gerade am am Strand entlang oi jemini aber egal weiter geht los los weiter weiter fahren ja ich will ja schnell weg hier ja oh oh nein nein nicht gut weg hier oha da komm ich nicht rein weg hier schnell weg schnell weg hier komm fahr komm fahr komm fahr komm fahr auto schnell weg hier ja ja weh oh und hip 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 wir fahren mal hier ein bisschen rum wir fahren mal hier ein bisschen rum ja ja und was macht ihr noch so heute oder am Wochenende ja bestimmt bestimmt zocken oder 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 was macht ihr so schreibt es ruhig meine in die Kommentare rein was ihr so macht am Wochenende am Wochenende Leute und Gamerleuten da draußen schnell raus hier schnell 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 in den nächsten Wagen rein schnell in den nächsten Wagen rein wiesen der Wagen fährt erst mal weg hier ja das ist ja das wäre echt echt nett von euch wenn ihr mich unterstützen könnt mit einem Abo und einem Daumen hoch euer GamerTV Marvin ja dann laufen wir mal hier schnell weg hier laufen könnte sein dass die uns hier nicht mehr sehen habe ich Glück gehabt ja dann fahren wir mal weiter ja Jesus! Ja, Leute und Gamerleuten da draußen, das war's dann für heute erstmal, euer GamerTV Marvin. Yo Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!